Wir haben heute einen Spezialgast. Guten Tag. Bitteschön. Können Sie was aussuchen? Da. Ein bisschen schwer. Da, da. Einmal rote Bete kapaschen, ja? Ja. Und als Haffenspeise? Auch da. Die Mayonnaise? Ja. Okay. Und als Nachttisch? Ja. Was meinst du? Da. Ein Carapri Vagona Tisture? Ahoi Leute. Ja, heute Abend ist unser erstes Konzert und ich bin schon super, super aufgeregt. Ja, mal gucken wie das wird. Und ja, um mal ganz kurz zu erzählen, wir hatten gestern unser erstes Catering und es ist, ja, gut gelaufen. Wir wissen noch nicht ob es geschmeckt hat, weil wir noch keine Rückmeldung hatten. Die haben das jetzt für gestern Abend abgeholt, aber ja, zumindest von dem, was sie gesehen haben, fanden sie es schon mal sehr toll. Ähm, ja, war gestern ganz schön viel, wir haben hier irgendwie den ganzen Tag das Catering vorbereitet und dann ging quasi das Abendgeschäft los und es war noch nicht wirklich was vorbereitet für das Abendgeschäft. Deswegen bin ich noch ein bisschen länger hier geblieben und habe noch ein bisschen geholfen und dann ging es irgendwie. Aber ja, hat aber auf jeden Fall irgendwie geklappt. Ja, okay. Deswegen habe ich jetzt noch einiges wieder vorzubereiten, nachzubereiten und so weiter und so fort. Und wir sehen uns hoffentlich heute Abend, wenn ich es mal schaffe, ja, ein bisschen die Kamera zum Konzert hinzuhalten zu Unpainted Blue. Bin sehr gespannt. Okay, bis dahin. Bis dahin. Musik 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 Überrechtsklage geht es. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, Konzert ist vorbei. Oder fast vorbei, aber ich bin extrem müde, weil ich schon seit heute früh hier bin, wisst ihr ja. Ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und geile Musik auf jeden Fall. Ja, ich habe euch ein paar Aufschnitte reingeschnitten. Ich hoffe, da könnt ihr euch ein bisschen reinhören. Ansonsten schaut einfach mal auf deren Seite vorbei. Ja, sehr geil. Danke schön, dass ihr hier wart und tschüss und gute Nacht. Danke schön, dass ihr hier wart.